100 Mal sterben, 500 Mal sterben und 1250 Minuten leben bleiben. 1052 Minuten habe ich geschafft. Obwohl ich schätze mal, dass es dann die Gesamtspielzeit, die man auf dem Server ist. Und überlebt. Und dann noch zwei versteckte Dinger habe ich. 48 Mal will ich schon sterben, verdammte Angst. Das war's. Ja. Okay. 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 Cool. Bis zum nächsten Mal.